Im heutigen Video schauen wir uns die kommenden Comic-Drops an, die wir sehen werden. Es sind nämlich insgesamt zwei. Unter anderem gehen wir auf einen sehr interessanten Tweet ein, der auf jeden Fall für eine Menge Aufruhr gesorgt hat, was nämlich die Verteilung von Minz für Drops angeht. Denn dort gab es nämlich einen Account, der sehr interessant, beziehungsweise sehr interessante Auffälligkeiten auf jeden Fall erweckt hat. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall zum Schluss nochmal alle Daten an von 2022, die sehr interessant sind und vielleicht den einen oder anderen überraschen werden. Das alles jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute auf jeden Fall direkt rein ins Thema. Bevor wir das aber jetzt starten, möchte ich auf jeden Fall noch eine ganz kurze Ankündigung machen. Und zwar werde ich nämlich entweder am Mittwoch oder am Donnerstag einen Livestream machen. Das steht leider noch nicht so ganz fest, weil es dort einmal noch so ein paar Schwierigkeiten gibt. Aber entweder an einem von den beiden Teilen wird es um wahrscheinlich 20.15 Uhr einen Livestream, beziehungsweise den ersten Collector Talk zusammen mit Enrico und auch Chris, wie wir reisen. Und beides Comic-Experten geben. Das heißt, wenn du da auf jeden Fall Interesse hast, schauen wir an den beiden Tagen auf jeden Fall vorbei. Ansonsten folgen wir gerne auf Twitter oder auf Instagram. Dort bekommst du dann auf jeden Fall die Nachricht, sobald es dort auf jeden Fall dann feststeht, an welchem Tag das stattfindet. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir auch direkt rein in die News. Und starten tun wir an der Stelle natürlich erstmal mit dem nächsten Comic. Und zwar nämlich mit dem Comic, was heute droppen wird am 10. Januar um 17 Uhr deutscher Zeit. Und zwar rede ich nämlich hier von Uncanny X-Men 221 mit der First Appearance of Sinister, beziehungsweise Sinister an dieser Stelle natürlich wieder mit exklusiven Rare und Ultra Covern. Das sind einmal die Cover, die wir alle sehen werden. Für mich persönlich ist das jetzt kein Drop, den ich mitnehmen werde. Einfach aus dem Grund, weil mir die Cover nicht allzu sehr zusagen. Und auch der Preis bei Go Collect ist nicht allzu viel. Versprechend für eine 9.6 gerade mal 150 US-Dollar ist einfach nicht gerade viel. Kommen wir dann zum nächsten Job. Und der ist nämlich am Donnerstag und nämlich am 12. Januar um 17 Uhr deutscher Zeit. Natürlich wie immer mit exklusiven Rare und Ultra Covern. Und hier sehen wir nämlich das Comic Incredible Hulk 92. Außerdem sehen wir in Kombination hier noch die First Appearance von Planet Scar, beziehungsweise Planet Hulk. Auch die Daten von Go Collect neben den Thumbnails sind nicht allzu vielversprechend. Das Thumbnail gefällt mir jetzt nicht allzu sehr persönlich. Und auch hier das Ganze auf Go Collect ist nicht allzu vielversprechend. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, eine 9.6 für gerade einmal 110 Dollar ist einfach nicht gerade viel. Dementsprechend für mich persönlich nicht interessant, weil das Cover nicht interessant ist, sowie der Preis nicht. Nun kommen wir zu einem sehr brisanten Thema. Und zwar gab es nämlich einen Account, der anscheinend mehr als nur Glück hatte. Und zwar rede ich nämlich hier von einem ganz bestimmten Account. Und zwar hat nämlich dieser Account wirklich unfassbare viele Low Mints bekommen, beziehungsweise auch zum Beispiel sehr interessante Mints, wie zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 8, 8, 8. Also sehr, sehr interessante und auch teilweise wichtige Nummern, die auch sehr, sehr teuer sind. Und auch natürlich sehr viele Low Mints. Das zieht sich tatsächlich einmal durch. Das Ganze hat jemand auf IMX, beziehungsweise auf den On-Chain-Daten herausfinden können. Und das sind tatsächlich nicht Collectibles, die er sich gekauft hat, sondern die wirklich beim Drop gemindert wurden. Dementsprechend hier wirklich etwas sehr, wie soll man sagen, wirklich etwas sehr Negatives, weil das eigentlich ja nicht sein sollte, dass jemand nur Low Mints bekommt. Jedenfalls laut System. Das Ganze wurde aber jetzt in Warnung auf jeden Fall an dieser Stelle gefixt. Das heißt, das ganze Thema ist im Prinzip vom Tisch. Es gab hier wohl irgendwie einen Fehler, warum auch immer dieser User dann hier so viele Low Mints und so weiter bekommen hat. Ja, das ist wahrscheinlich einfach diesem Fehler geschuldet. Aber hier auf jeden Fall in Warnung, das ganze Thema ist an dieser Stelle abgehakt. Das Team hat das Ganze behoben. Und ja, es ist aber trotzdem interessant zu sehen, dass es hier diesen Fehler gab. Und ich wollte das auf jeden Fall hier mit ins Video kurz aufgenommen haben. Falls ihr das gesehen habt, hier auf jeden Fall auch Bescheid wisst, dass das Ganze wirklich vom Tisch ist. Schauen wir uns zum Schluss nochmal ein paar Daten an. Und hier kann ich euch auf jeden Fall insgesamt nur nochmal das Video von der Guten Kelly bzw. aka ViviFox empfehlen. Und zwar geht es nämlich hier um die Daten von 2022, was uns User und auch im Prinzip die Onchain-Daten, die der Guten Kelly hier zur Verfügung stehen, ja angeht. Und das ist sehr interessant, muss man einfach mal ganz klar sagen, wenn wir uns hier einige Daten anschauen, wie zum Beispiel diese Daten hier bei dieser Grafik. Und hier sieht man ganz klar, wenn wir uns das Ganze erstmal anschauen, was überhaupt diese Farben hier bedeuten, dann ist nämlich diese Farbe einmal das Netto Zero Account. Das heißt, wenn jemand etwas gekauft hat und gleichzeitig wieder verkauft hat, das heißt ein Flipper war, dann haben wir Netto Negatives Volumen, das heißt sie haben Collected und haben das dann sozusagen später dann wieder verkauft. Dann haben wir natürlich noch die positiven Collecter, das heißt die, die immer mehr Staken. Im Gegensatz zum Anfang des Jahres haben wir mittlerweile sehr, sehr viele Collecter und sehr wenig Flipper mittlerweile. Das ist ein prinzipiell sehr, sehr gutes Zeichen und das spiegelt sich auch in vielen anderen Statistiken wieder, dass wir im Prinzip mehr Collecter haben, die wirklich mehr sammeln oder auch staken im Prinzip, um entweder für den nächsten Bullrun auf jeden Fall gewappnet zu sein oder um jetzt einfach das zu sammeln, worauf man Bock hat. Auch was die Daten der aktiven bzw. neuen aktiven Wallets angeht, sind sehr interessant. Wenn wir das uns vergleichsweise anschauen, natürlich ist das mit den letzten Monaten immer weiter gesunken, aber nichtsdestotrotz haben wir hier auf jeden Fall noch im Dezember 1254 neue Wallets gesehen. Ob das jetzt teilweise Bot-Wallets waren oder auch wirklich neue User, das kann man natürlich an dieser Stelle wirklich nicht sehen. Und um hier ganz kurz eine Definition für neue Wallets zu liefern, neue Wallets werden in dem Sinne so klassifiziert bzw. so herausgefunden, dass sie im Prinzip eine Transaktion bzw. die erste Transaktion gemacht haben. Das sind im Prinzip neue Wallets, das heißt, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Durchschnitt. Wir sehen natürlich hier am Anfang des Jahres hatten wir 253.000, mittlerweile sind wir hier bei 1.255. Ja, das ist natürlich schon ein großer Fall, aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch pro Monat hier in etwa 30.000 bis 40.000 aktive Wallets, was meiner Meinung nach auf jeden Fall kein schlechtes Ergebnis ist für diesen Bärenmarkt. Und jetzt würde mich auf jeden Fall deine Meinung zu diesen ganzen Daten mal interessieren. Schreibe es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Bist du eher Sammler oder bist du eher ein Flipper bzw. flippst du nur, um Geld zu machen oder flippst du einfach, um dir davon andere Sachen zu kaufen, die du mehr magst. Und ansonsten war es das auf jeden Fall schon wieder mit diesem ganz kurzen Update-Video zum Dienstag. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenwittag genannt. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.